ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter an diesem montag zum start in die neue woche geht heute weiter mit dem großen preis von natürlich nicht mit dem nächsten event natürlich auswählen aber großer preis das nächste rennen in der formel 1 an einem so an diesem sonntag das gestrige rennen in ungarn war mein letztes in der msfl ich werde die liga verlassen aus eigenen stücken wie gesagt eigentlich nur eine gründe eine neue orientierung ich werde zurück zu einer anderen andere liga wechseln und dort im nächsten rennen dann als euch in einem mercedes platz nehmen in japan wenn ich richtig im kopf habe noch ja guck mal ob ich sagen läuft soll ich ein sehr schwerer schritt für mich wie seiner drei saison ist mit als gründungsmitglied und alles drum und dran dann die liga verlassen zu ja aus meinen eigenen wünschen zu verlassen würde ich verlassen zu müssen definitiv nicht also ich bin nicht rausgeworfen worden sonst irgendwas ist es einfach nur ein freier wunsch von mir selber personen nicht wie du dazu da bescheid bist na gut egal wir gehen zurück zur rallye und dem nächsten teil aus welts los geht's 6,35 kilometer lang ungefähr die zwei werdetpuffe sind etwa tic kürzer ein ticken kürzer als das was war gestern gesehen haben wir haben schon 20 sekunden wir haben ja wohl nicht viel gekürzt ach scheiß drauf 4 minuten für zuerst vorgeber 4 3 2 1 los mix 6 mittig halten überkuppel 16 kuppelsenken rechts 6 rechts 4 durch senke mittig halten überkuppel durch tor links 6 überkuppel 2 überkuppel rechts 5 links 6 100 links 5 links 3 überkuppel rechts 6 überkuppel durch tor 60 links 6 kuppel senke rechts 6 links 6 mit dem ich am nächsten event in schweden drei teile daraus das war dann nicht weitergehen kann gleich mit dem tue rechts 6 rechts 6 überkuppel rechts 6 überkuppel rechts 6 überkuppel rechts 6 links 6 durch senke links 4 überkuppel durch senke links 6 mittig halten überkuppel Leitze an der Mühlewelle ist immer gut, knapp vorne weg. Achtzig, durchsenke. Mittig halten, übersprung 200, links 5, links 3, überpuppern, rechts schneiden. Rechts sechs, überpuppern, durchtornen, runter, rechts sechs, links fünf, überpuppern. Rechts sechs, kuppern, in links sechs, durchsenke. Rechts halten, überpuppern, links drei, nicht schneiden, rechts vier, in links sechs, Jetzt wollen wir heute nicht so eine Katastrophe sammeln wie am Donnerstag, das war ja nicht so gut. Links fünf, nicht schneiden, links fünf, viele Fehler gemacht. Über 90, 80, in links sechs, durchsenke, links vier, überpuppern, rechts schneiden, in links sechs, durchsenke, runter, rechts sechs, durchsenke, rechts vier, kuppern, rechts sechs, überpuppern, links sechs, durchsenke, rechts vier, kuppern, rechts vier, kuppern, rechts sechs, überpuppern. So, die letzten zwei Wertes, überpuppern. Aktuelle Vorschläge, 23 Sekunden Vorschläge, also sehr souverän als er. Noch keine große Fehler, aber es hoffentlich bleibt auch so. Links sechs, in offene Kehle, rechts, lang, durchsenke, links vier, rechts drei, in links zwei, rechts zwei, links drei, rechts vier, in offene Kehle, links, lang, durchsenke, in rechts sechs, links halten, überpuppern, links sechs. Rechts fünf, 60, links sechs, überpuppern, links sechs, überpuppern, links sechs, überpuppern, rechts drei, links sechs, überpuppern, links sechs, überpuppern, rechts drei, links sechs, überpuppern, rechts drei, links sechs, überpuppern, rechts sechs, durchsenke, links sechs, überpuppern, rechts sechs, durchsenke, links 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 sechs, So, haben wir eigentlich relativ gut gearbeitet, 32,4 in der Folge. Heute war es wieder deutlich besser als der kompletten Tag gestern. Äh, äh, nicht gestern, äh, doch das, Entschuldigung. Ja. So, der nächste Teil, der uns jetzt, äh, ansteht, ist der längste auch in diesem, äh, diesem Event mit 10,23 Kilometern. Und wie gesagt, ich bitte lasse mich nicht diesen Namen aussprechen. Das ist genauso, das ist noch schlimmer als das in Schweden. So, auf geht's, liebe Leute. Oh, es geht aber eigentlich. Die Trecke hat einen relativ einfachen Verlauf. Der ist falsch, Türk, am Ende. Das können uns durchaus noch mal ein bisschen Frust bereiten, aber wir schauen immer mal. Ja. Okay, ich glaub geht's. Na, zumindest mal eine Säubere haben wir geschafft. Das muss man auch erst mal schaffen. Also wie gesagt, die Zeit kriegen wir nicht hin. Definitiv nicht. Und wir müssen aufwärts machen, weil wir keine Fahrzeugberge mehr haben. Ja, das ist das einzige, was wir nicht hinbekommen. Wahrscheinlich die Zeitstrafen, die haben wir auf jeden Fall. Gut, da gehen wir's rein. In den letzten TIE-Pforte. Alles okay. Konzentrier dich einfach auf ein gutes Rennen. Ja. 6 Minuten und 35 ist die Vorgabezeit. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 6, Kuppe, in links 6, Durchsenke. In rechts 3, Überkuppe, 60, Durchsenke. Offene Kehre, links, lang, nicht schneiden. Mittig halten, Überkuppe. Durchsenke, rechts 3, 150. Links 5, links 3, Überkuppe. Rechts 6, Überkuppe, 100. 80, Durchsenke. Mittig halten, Übersprung, 100. Rechts halten, Überkuppe. Links 3, rechts schneiden, rechts 4. In links 6, rechts schneiden, 100. Kuppel senken, rechts, 6. Jetzt dringen wir hier so ein bisschen. Da kann ich mal Vorsprung und 11,2. Das ist zumindest der erste Teil. Die erste Werbesprung sind auf jeden Fall deutlich im Vorsprung mittlerweile. Also nicht auf den zwei Platzierten, sondern dann haben wir momentan auf 3,9, sondern auf einen bestimmten Rivalen. Das ist nicht immer der zwei Platzierte. Rechts 4, in links 6, 100. Kuppel senken, rechts, 6. Rechts 4, Überkuppe, mittig halten, Überkuppe, rechts 6. In links 2, lang, macht auf, über Kreuzung, 60. Rechts 3, Überkuppe, links 3, rechts 4. Ich habe keine Regenschau, durchgezogen zu sein. Und wir haben ein bisschen verloren. Den zweiten Teil. Rechts 6, rechts. Links 6, auf der Kehle, links, innen, halten. 60, Überkuppe, 80. Überkuppe, sofort auf der Kehle, rechts, innen, rechts. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Kacke da bauen. Rechts 6, rechts, rechts. Rechts 2, links 3, links 4. Wir müssen ja eigentlich eigentlich nicht gewinnen. Wir müssen ja nur vor dem weißen Pfeil bleiben. Das ist alles, alles ist egal. Rechts 6, rechts 6, links halten. Rechts 5, rechts 5, rechts 5, über Kuppe, links 4, lang, rechts. 7,3 nur noch, also 4 Sekunden verloren bisher. Wir müssen gleich noch wieder am schnellen Teil holen. Das ist ja Dayton, seems gut. 7,0, also wie gesagt, wir verlieren momentan Zeit. Rechts 4, über Kuppe, in links 6, durch Senke, runter, links 5, nicht steigen, rechts 3, nicht steigen, Überkreuzung, 80, rechts 6, durch Senke, rechts 4, Kuppe, Leitsprung, rechts 6, über Kuppe, rechts 5, über Kuppe, links 4, dann, Kuppe, rechts 2, links 5, rechts 2, links 5, rechts 2, links, 3, rechts 4, in offene Kirle, links, lang, durch Senke, rechts schneiden, in rechts 6, links halbe, über Kuppe. Rechts 5, 100, über Lenne, sofort auf der Kirle, rechts, innen halben, rechts 6. Wir haben uns etwas ausgepaut. Wir haben jetzt mal gut die Hälfte rum gerade erst. Ein sauberer Teil hat sich gerade komplett erledigt. Jetzt werden wir wieder dicke Einbüßen an Zeichen. Das sind nur noch 2, irgendwas. Das waren mal 11 Sekunden. Mittlerweile verbüßen wir hier richtig ein nochmal. Drei Teile haben wir noch. Das war mir schon klar und jetzt müssen wir wieder hoch. Ja, komm, geh. Das war's. Da will der Wollterlich hoch und dann haben wir es verloren. Rechts 3, in links 2, links 6, auf der Kehre links, innen halten. Das wird dann sauber haben, als ich jetzt so viel verledigt. Das ist ja echt mega zaubernd am Ende nochmal, dass wir hier vielleicht nochmal was rausholen können. Lies nicht meine Werte, äh, mein, mein, mein Rennen, definitiv nicht. So ist das, was eigentlich das Ding erlaubt ist. Ich gar nicht ganz und freund Fatty. So sind das, was eigentlich das Ding erlaubt. So ist das, was das Ding erlaubt. Ja, bei dir ist das ganze Knick ein bisschen. Ich würde mich auch schwer wundern, wenn das grün werden würde. Ja, Glückwunsch, das ist egal. Da werden wir wieder verlieren. Soll ich halte, was weiß ich, wenn das immer noch ist. Jetzt prüppere ich auch nicht mehr, das wäre jetzt auch nicht egal. Ja, 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 ja. Das war richtig 28 Sekunden Rückstand. Da haben wir sowas von verloren. Vierter momentan da nur. Deswegen habe ich auch nicht repariert, weil die Zeit ist egal. Sonst wären wir noch schlimmer dran gewesen. Ich glaube, das Gesamtwerte müssten wir eigentlich tatsächlich noch vorne sein. Ich hoffe es zumindest noch reicht. Tolle Fahrt. Wir haben das Rennen in den Top 5 der Autoklasse abgeschlossen. Tatsächlich nicht. Wir haben es tatsächlich komplett verloren. Am Ende sind wir... Ja gut, eventuell gibt es das Erste. Okay, das geht noch, also. Also haben wir es noch mal geschafft. Puh, Glück gehabt. Wir gehen weiter auf 25 Punkte auf unser Konto. Das ist so schlecht. So schlecht bin ich noch nie gewesen. Die Hälfte nur. Der W42, ikonisch. Gut, der letzte Teil aus Schweden. Den Anfang sehen wir dann ab morgen. Bis dahin und tschüss.